Fahrzeug fertiggestellt. Achso, Munition fehlt und wir müssen die hier wieder anschmeißen. Ach, Eisenschmelzer haben wir aufgeholt. Na toll. Wir haben immer noch keine Kohle, okay. Achtung, Produktionsstillstand. Dann reiß ich doch das die Marvon macht auch aus der Kohle. Bergwerk. Oh, hier ist noch so ein Ding, brauche ich auch nicht mehr. Da ist noch eine Feuerwehr, brauche ich auch nicht mehr. Na ja, meinetwegen. Ein Scheitern dieses Auftrags wäre für die Firma inakzeptabel. Gucken wir doch mal, wie es läuft. Erstmal die ganze Flotte hinschicken. Kriegserklärung zwischen Nachbarn registriert. Na ja, soll sie sich mal gegenseitig umliegen. Die machen sogar noch mehr die WSG-Schiff. Und die hier können zurück zu meiner Hauptinsel. Während ich hier noch ein paar Kommandoschiffe herstelle. Na ja, eins. Ich glaube, ich kann dann auch demnächst in Krieg. Nichts anderes habe ich von Ihnen erwartet. Theoretisch will ich ihm nur die in sich abluchsen. Die vielleicht auch, aber erst später. Ja, mal gucken. Was stehen die da rum? Registriere neues Fahrzeug. Alle Systeme in Schuss. Die Mannschaft auf Zack. So muss das sein. Der hat die Viecher. Oh je. Dann holt es sich ja doch, die Dinger hier zu bauen. Machen gegen Flugeinheiten vernünftig Schaden. Da ist keine Munition. Hm, wie viel haben wir denn? Neun. Zehn. So, ähm. Ja. Wollen wir hier noch was? Fahrzeug fertiggestellt. Schwere Waffen abliefern. Wo sind denn seine ganzen Schiffe hin? Die sind weg. Seine Schiffe sind weg. Ja, dann lohnt es sich ja jetzt mal kurz hier. Sekunde. Dann habe ich... Ein guter Tag wird das nicht. Registrierung. Sie wollen sich mir im Kampf stellen. Hm. Gut ab. Das war fantastische Arbeit von Ihnen. Sie rücken hier mit Militär an? Ich kann mal angreifen hier. Ihre Handlung war gerechtfertigt. Daran besteht kein Zweifel. Das macht schon deutlich mehr Schaden als wir. Und irgendwie bin ich im Moment schon wieder viel zu leid, ne? Kann aber auch daran liegen, dass... Naja, was hältst du mir zu? Das ist nicht, aber... Äh, ich muss nur nicht halt zu viel getroffen haben. Naja. So, weggegangen. Wenn wir uns gerne mal hier angreifen. Welche Schüsse kommen? Kommandoschiffe. Keiner ihrer Männer mit Leben zurückkehren. BAM! Hat sonst unter Beschuss? Ja, BAM! Erstes Kommando. Zerstören die Gebäude. Der ist jetzt ganz doof. Spiel gespeichert. Dämmel, 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 Dämmel. Halt, 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 Halt. Der Trübel wird bald enden. Streich, oder Flink, wäschen? So, wenn ich meine Kommandoschefartizim inzwischen darf. Und das ist jetzt das Doofe mit dem, dass wir hier keine Heere haben, um hier irgendwie raufzukommen. Heißt das jetzt, wir müssen, äh, Dingens, äh, Fluggeräte anschaffen? So, hier aber noch ein paar Reparaturwerfen hinbauen. Komm hier so hin. Ähm. Ökobilanz, Werte fallen. Oh ja, machen die negative Ökobilanz-Fartage? Ähm, 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 ja, Fluggerät heißt wieder S-A-A-T-Arbeit. Ich glaube, wir brauchen schon Fluggeräte. Nö. Dafür brauche ich hier mehr Zeug. Dann holen wir doch mal mehr Zeug. Den ganzen Landkater mit meinen Schiffen da. So. Dann holen wir mal komplett... ...data. ...data. Und einmal komplett... ...das hier. Und wieder ab nach Zugen. Zu S-A-A-T. Oder zur A-A-A-T. Ach, ihr wisst schon, was ich meine. Sobald ich sie im Fadenkreuz habe, sind sie erledigt. Ich denke nicht. So. Schiffe repariert. Angriff hier rauf. Achtung. Hier rauf sind die A-A-A raus. Ach. Hmm. Hm. Das war's. Das war's. Das ist jetzt doof. Ich geh mal hier hin und tauch ab. Nein! Ich hatte gehofft, dass der abtauchen könnte. Dann muss ich mal ganz schnell hier ein paar Reise reinbauen. Trimaran bereit. Bitte gehen Sie an Bord. Trimaran. Ich hab da noch... Nein, ich hab sogar mehrere. Vermutlich war das der, den ich von Eve bekommen hab. Der alte Mann wird nicht erfreut sein, wenn ich ihm das erzähle. Ja, ja. So. Und... Einfahnen hier, komm. Gebäudeauswahl vergrößert. Alles gut. Der hätte noch reichen, ja kann ich noch. Dürfte reichlich lange dauern. Oh, 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 oh. Der Riesen hatte zwar keine Schaumschwelle, kann trotzdem grad schon ne Menge Schaden machen. Oh, er hat sogar einen Schüssel umgeversenkt. Naja. Äh, erstmal nach Hause. Kriegerische Auseinandersetzung zwischen Nachbarn beendet. Und dann muss ich hier neue Schüssel bauen. Hm. Okay. Alles einlagern. Nein. So, hier. So. Kann ich jetzt hier... Keine Bauzellnahrer, klasse. Dann komm mal her. Hier, Trimaran. Trimaran. Trimaran bereit. Trimaran bereit. Bitte gehen Sie an Bord. Registriere neues Fahrzeug. Hier. Hier. Und hier, hier. Und hier, hier. Was bitte da? du bist ja gut wie gesagt ich bin im moment reichlich still weil ich nachdenken muss was mache ich und so weiter warum ist hier mein kommandoschiff mit fünf reichen neugierig was wir hier so machen fahrzeug fertiggestellt ein elementer hier kann man das schiff einfach um sonst irgendwo schiff umstehen registriere neues fahrzeug die studenten halten mich so auftrag ich komme einfach nicht dazu dass ich eigentlich auch nicht im moment mir leid ja